Jeder Unternehmer kennt es, offenen Forderungen hinterherrennen ist mega ätzend und ich zeige euch heute eine Möglichkeit, wie ihr mit Hilfe eines Versicherungsvertrages dieses Problem einfach allemal aus eurem Business rausstreichen könnt. Ihr kennt die Situation, dass ihr als Unternehmen einen Kunden gewonnen habt, ihr freut euch über den Close und habt am Ende des Tages dann schon alles vorbereitet fürs Onboarding, aber der Kunde begleicht seine Rechnung nicht. Ihr schickt die Rechnung raus und der Kunde meldet sich nicht mehr, hat irgendwie keinerlei Anstalten, die offene Forderung zu begleichen und das kann ein Riesenthema sein, denn wenn ihr hier vorne die ganze Zeit mit diversen Umsätzen rechnet und quasi auf Grundlage dessen, dass ihr euer Closing-Volumen hier vorne, eure Euros, die ihr quasi glaubt, dass ihr sie einnehmt, bekommt, aber der Kunde nicht bezahlt, dann habt ihr hier vorne eine Fehlkalkulation und die kann dazu führen, dass am Ende des Tages euer Unternehmen in strukturelle Probleme kommt. Und wie man das Ganze jetzt hier umgehen kann, ist relativ einfach, denn es gibt Lösungen innerhalb unserer Branche, die sich Rechtsschutzversicherung nennt und diese Rechtsschutzversicherung, die ist natürlich mittlerweile in der Lage, dass du mit deinem Business Case komplett abgesichert bist, was auch das Thema offene Forderungen angeht. Und zwar, wenn du einen Inkasso-Rechtsschutz mit vereinbart hast. Das heißt, wenn wir Inkasso-Rechtsschutz vereinbaren, haben wir den Vorteil, dass wir erstens ein Inkasso-Unternehmen damit beauftragen können, offene Forderungen einzutreiben. Das heißt also, wir können wirklich hier an der Stelle über den Rechtsschutzversicherer das Inkasso-Unternehmen beauftreiben. Ein zweiter großer Faktor ist aber, und das ist für die viele, die im Unternehmen vielleicht noch nicht so lange unterwegs sind, vielleicht erst zwei, drei Jahre, ja, sie können, ihr könnt mit diesem Vertrag es ermöglichen, dass ihr euren Kunden vorher prüft. Das heißt das, die Bonität eines Klienten ist extrem wichtig, ja, und die Zahlungsfreudigkeit von Rechnungen, die stellt sich dann letztendlich wieder dar in diversen Scores, sei es bei der Schufa, sei es bei der Crefo oder Ähnlichem. Und bevor ihr hier in die Situation kommt, dass ihr wirklich strukturelle Probleme in eurem Business Case bekommt, weil ihr mit Umsätzen rechnet, die aber dann nicht vereinnahmt werden können, weil der Kunde eben sich nicht dazu berufen sieht, diese Euros zu bezahlen, ja, dann habt ihr hier die Möglichkeit, dass ihr front-up, bevor ihr ins Fulfillment geht oder bevor ihr überhaupt anfangt, eure, ja, unternehmerischen Entscheidungen davon abhängig zu machen, anhand eures Lowsingsvonoms, könnt ihr diesen Kunden komplett prüfen lassen. Das heißt also, ihr bekommt dann am Ende, hier sind zum Beispiel bis viermal jährlich die Prüfungen kostenlos, ja, habt am Ende die Möglichkeit, dass ihr wirklich wisst, okay, hat der Kunde früher schon bei anderen Mal Zahlungsausfälle zu verzeichnen gehabt, ja, gab es schon mal in irgendeiner Form Titel gegen den Kunden oder Ähnliches, ja, da gab es ja schon mal ein Insolvenzverfahren oder sonst was, ja, damit ihr eben sicher gehen könnt, hey, wird der mich bezahlen? Natürlich gibt es keine Garantie dafür, es gibt keine Zahlungsgarantie am Ende des Tages, ja, aber ihr könnt natürlich, wenn jemand dafür bekannt ist, seine Forderungen immer zu begleichen, dass ihr hier dann einfach sicherer sein könnt in eurer Planung, in eurer Struktur. Deswegen ist es mittlerweile einfach schon Pflicht als Dienstleistungsunternehmer, aber auch in jedem anderen Business Case, sich einen Rechtsschutzversicherungsvertrag zu holen, denn die Frage ist gar nicht, ob dir das Ganze passiert, sondern wann. Also es ist nahezu unmöglich, dass dir das nicht in deinem Business passieren wird, dass irgendwann mal jemand nicht zahlt und dahingehend ist dieses Ding hier im Kassorechtsschutz innerhalb deines Business Cases unabdingbar. Deswegen solltest du das auf jeden Fall bei dir implementieren und am Ende möglich zu machen, dass du dich selbst vor unternehmerischen Fehlern schützt, die durch eine zahlungsunfreudige oder weniger verbindliche Kunden letztendlich ausgelöst werden. Und wenn du sowas für dich haben willst, dann trage dich einfach mal ein bei uns auf der Website unter www.fetter-consulti.de und wir zeigen dir den perfekten Weg, den perfekten Vertrag für deinen Business Case, damit du eben am Ende hier rausgehst und keinerlei Stress mehr diesbezüglich hast. Wir wünschen dir weiterhin gute Umsätze, viel Erfolg und sehen uns im nächsten Video.